Hey Leute, wer kennt es nicht, das berühmt-berüchtigte, geflügelte Wort? Hast du Ass und Zehen gesehen, sollst du schnell die Haare scheren? Äh, nee, Moment, sollst du von der Farbe gehen? Alles klar? Äh, vielleicht gucken wir uns das doch nochmal ein bisschen genauer an, was damit überhaupt gemeint ist. Hast du Ass und Zehen gesehen, sollst du von der Farbe gehen? Ja, das kann man sich vor allen Dingen erstmal gut einprägen und das klingt auch recht einfach und ich denke mal, ihr habt auch verstanden, wenn es beim Skat um Farben geht, dass da mit Kreuz, Herz, Pik und Karo gemeint ist und genauso habt ihr sicher auch registriert, dass hier schon der erste Fehler im Konzept ist. Natürlich ist gemeint, wenn Ass und Zehen aus einer Farbe vom Tisch sind, aus dem Spiel sind, dass dann die Farbe gewechselt werden soll, also nicht mehr in dem Beispiel Kreuz nachgespielt werden sollte. Das ist eine Strategie, die gilt für die Gegenspieler und es ist eine Strategie, die gilt hauptsächlich für die Spieleröffnung, aber tatsächlich ist mir schon beim Überlegen von entsprechenden Beispielen aufgefallen, dass das gar nicht so leicht ist, da was wasserdichtes hinzustellen und das wirklich allen kritischen Beäugungen standhält. Also man kann vielleicht sofort als erstes mal feststellen, es gibt sehr viele Ausnahmen. Diesen Spruch solltet ihr mit Vorsicht genießen. Ja und bevor wir jetzt trotzdem uns Beispiele anschauen, wer jetzt mir schreiben möchte, hey Daniel, Fehler, da sind zwei Kreuz Asse im Spiel. Ich habe hier drei Karten aus einem anderen Deck genommen, um das zu demonstrieren. Die gehen jetzt auch raus und jetzt gucken wir uns mal ein Beispiel an, wo dieser Spruch zum Einsatz kommt. Mittelhand ist Alleinspieler und es sei jetzt mal fast egal, ob der jetzt Kreuz, Herz oder Karo angesagt hat, fast in jedem Fall könntet ihr es für eine gute Idee halten, das Pik Ass auf den Tisch zu legen. Kurzer Weg, lange Farbe, diese Grundstrategie und vielleicht wisst ihr auch, dass häufig ja der Alleinspieler mal eine blanke Lusche hat und sucht wirklich genau nach diesem Stich, der jetzt auch passiert. Es fällt eine Lusche vom Alleinspieler und von eurem Partner, die Pik 10 und jetzt sind in Pik Ass und 10 aus dem Spiel, aber vor allen Dingen, es ist das Fleisch eigentlich weg, denn die vollen Karten gibt es ja in jeder Farbe nur zwei und die vollen sind beim Skat am Ende natürlich sehr spielentscheidend. Gehen die vollen 5 zu 3 aus, hat schon meistens der Spieler am Ende über 60 Augen, der 5 Rolle hat, gehen sie 6 zu 2 oder noch deutlicher aus, ist es ganz klar. Und spannend werden die Partien natürlich in aller Regel dann, wenn die vollen 4 zu 4 verteilt sind. Und das heißt, in dieser Logik, in dieser Mathematik habt ihr keinen vollen zu verschenken und wenn ihr ihm jetzt die Pik 8 nachspielt, das ist quasi eine ganz schlechte Karte, irgendwie verboten. Denn wenn der Alleinspieler jetzt keinen Pik mehr hat, dann kann er eine andere schlechte Karte abwerfen und sehr wahrscheinlich geht das Spiel sogar noch nach Hinterhand. Das heißt, euer Partner muss dann die Pik Lusche übernehmen mit der Dame oder mit dem König. Das heißt, der Alleinspieler ist nicht nur auf 3 oder 4 Augen eine Fähkarte losgeworden, sondern seine Position hat sich auch noch verbessert, er sitzt dann in Hinterhand. Also jetzt eine Pik Lusche fortzusetzen, wirklich ein No-Go für so eine Situation gilt der Spruch. Der Spruch gilt mit großer Sicherheit nicht für eine Situation, wo der Alleinspieler in Hinterhand sitzt und euer Partner, sagen wir jetzt mal, Kreuz 10 ausspielt und etwa der Pik jetzt Trumpf, dann ist ja relativ deutlich, dass euer Partner jetzt gerade blank ausgespielt hat. Ihr übernehmt mit dem Kreuz Ast, der Alleinspieler muss bedienen und jetzt ist es natürlich eine ganz logische Fortsetzung, den König nachzusetzen, denn ihr habt ja den Partner in Hinterhand, den Alleinspieler in Mittelhand. Der Alleinspieler muss, wenn er nicht beide Kreuzen gedrückt hat, Kreuz noch bedienen. Euer Partner kann schmieren, euer Partner kann gegebenenfalls abwerfen, euer Partner kann später überstechen, gerade wenn ihr selber etwa bei Pik Trümpf ist ein paar Trümpfe habt oder bei Karo, also euer Partner nicht noch mehr Trümpfe hat. Also in so einer Situation natürlich trotzdem die Farbe weiterspielen und es gibt weitere Situationen, gerade zum Beispiel bei Grang Spielen, wo auch mal sehr häufig das Tempo eine Rolle spielt, also der Alleinspieler einfach nur zwei Buben hat vielleicht und zwei Buben dagegen stehen, ihn dann mit einer langen Farbe weiter zu quälen und eurem Partner Abwürfe zu erlauben, auch das ist drin, auch das ist möglich. Und selbstverständlich, wenn schon ein paar Stiche gespielt sind, wenn sich die Karte schon so ein bisschen aufgeklärt hat, wie viel Trümpfe hat er überhaupt, was sind seine Schwächen in der Beikarte, dann kann auch bei Farbspielen in ähnlichen Situationen angesagt sein, eine Farbe nachzusetzen. Also von daher, es ist hier wirklich nur eine Bauernregel für die Spieleröffnung, es geht darauf, so ein bisschen den Blick zu schärfen, die Vollen sind die entscheidenden Karten und man sollte es dem Alleinspieler nicht zu leicht machen, ja, günstig Luschen abzuwerfen, vielleicht noch mal ein weiteres Beispiel, auch ein echter Klassiker, nur mal angenommen, ihr habt selber gegen den Alleinspieler ... So, nochmal, angenommen, ihr habt selber gegen den Alleinspieler drei Asse, der Alleinspieler sitzt wieder in Mittelhand und spielt jetzt Kreuz, schon an der Tatsache, dass ihr eben drei Beikarten Asse habt, könnt ihr erahnen, dass er natürlich trumpfstark ist. Da ist es wahrscheinlich schon ein Siebentrüpfer, zumindest ist das sehr gut vorstellbar und wenn ihr jetzt eben loslauft mit Pik erst zehn und es wird bedient, 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 das heißt 28 Augen sind gefallen, alle sechs Pikkarten sind raus, dann ist ja häufig der Instinkt, jetzt diese siebte Pikkarte zu spielen, weil euer Partner in Hinterhand die Farbe eben auch nicht hat, überstechen kann und so weiter. Aber in diesem Szenario ist auch das jetzt natürlich wieder ein No-Go, denn der Alleinspieler wird ja wohl noch eine blanke, rote Lusche irgendwo haben, sehr wahrscheinlich. Das heißt, gerade jetzt ist es absolut angesagt, erst mal in der kurzen Farbe nach dem 21er Stich zu suchen. Herz Ass hinterher, nochmal Lusche zehn, das ist die Hoffnung und dann kommt die Pik Lusche oder dann kommt sogar erst noch mal das Karoas, aber dann kann die Pik Lusche den Alleinspieler unter Druck setzen, mit dem Pik Buben könnt ihr vielleicht den Trumpfollen einsammeln von eurem Partner und damit den Sack auf 61 zu machen oder der Alleinspieler, wenn ihr selber hier einen Vollen habt, muss vielleicht auf diese Lusche jetzt einen Bauern opfern, weil er nicht genau weiß, wo der Trumpfolle sitzt. Also auch das ein Beispiel, wo jetzt von der Farbe zu gehen ist, noch aus einem anderen Grund, nämlich aus dem Grund, dass ihr selber überschauen könnt. Ihr müsst Futter auf den Tisch legen und in dieser Farbe ist das Fleisch raus. Also eigentlich ist es genau der gleiche Grund. Ja, das ist die Message zum Thema Hast du Ass und Zehn gesehen? Von der Farbe gehen.